Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen bei dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks. Und zwar mit dem Tiger P als Haupt-Act, Haupt-Act, Main-Act, sage ich jetzt einfach mal. Gespielt von Rikon. Er hat hier das Glück, dass er natürlich als Top-Tier gematcht wird. Und, so wie ich das ja auch mitbekommen habe, war das eine seiner ersten Runden überhaupt mit dem Panzer. Der Gegner hat einen Siebener mehr. Und ansonsten ist es dann ausgeglichen. Sind wir mal gespannt, wie er den Panzer so zeigt. Mich selber würde der Tiger P auch noch reizen, muss ich gestehen. Gerade als Tier Siebener ist er auch nicht so weit weg und nicht so unerreichbar. Also eventuell mal eine Überlegung wert. Er fährt jetzt hier natürlich zum klassischen Heavy-Spot auf die 9er-0er-Linie, wobei er aufpassen muss, weil drei Artis pro Seite ist natürlich ein Pfund. So, jetzt hat er hier schon den ersten Lux. Man konnte den schon mal zumindest einen kleinen verpassen. Weiter geht's. Wie gesagt, da vorne spielt es uns da wirklich haarig, wenn die Artis reinwirken. Und dann auch noch ein guter IS-2, der ihm hier begegnet. Ein guter Spieler, meine ich. Jetzt lässt er natürlich da ein bisschen Zeit vergehen, finde ich auch absolut richtig, weil wie gesagt, ich kann mir vorstellen, sobald der KV-2 offen ist, bekommt der ordentlich ein paar Schellen um die Ohren. Ah, da hatten wir ein Problem im Replay. Da habt ihr gesehen, erst mal hat er auf irgendwas geschossen, was gar nicht da war. Und plötzlich war dann der IS da offen. Das passiert leider ab und an in so einem Replay, dass dieses irgendwie so ein paar Sachen auf einmal nicht zeigt, wenn es irgendwie Probleme gibt. Genauso wie auch dieses Flackern, was ihr jetzt zum Beispiel gerade seht bei der Reload-Anzeige. Das ist auch nur im Replay, sonst ist das nicht der Fall. 2 zu 3 aktuell. Der KV-2 hat auf jeden Fall schon mal genug. Der zieht sich jetzt wieder ein Stück zurück. Eigene Arti hat hier aber angepingt und macht den IS weg. So, was macht er jetzt? Fahrt er mal vor, bleibt er noch hinten? Der T-37 oben links im Eck auf A1 ist sehr spannend. Der wird jetzt mal so die Blicke so ein bisschen auf sich ziehen. Auch der gegnerischen Artis. Das heißt, er könnte hier mal ein bisschen vorrücken, ohne dass er großartig Angst haben muss. Weil sobald er die Artis findet, beachten die ihn nicht mehr wirklich. In der Mitte wird ein bisschen gecappt, aber das ist bei Begegnung nicht schlimm. Und da macht der T-37 die Artis auf. Sehr gut jetzt hier den Druck nach vorne auszuüben, weil wie gesagt, jetzt hat der Gegner keinen Artis-Support mehr in dem Augenblick. Das ist ganz klar. IS-2 nimmt jetzt wohl die KV-85 gleich raus, wenn der so spielt, wie er spielt. Ist schön gezielt, so jetzt hat IS-2 geschossen, hat einen längeren Reload. Zieht sich jetzt hier zurück. Leider ist der T-37 nicht dazu gekommen, alle Artis aus dem Spiel zu nehmen. Nicht mal eine einzige. Schade darum. Aber trotzdem hat er für Verwirrung sorgen können. Oh, jetzt hat er hier den Type-64 auch noch auf sich. Der Type-64 wurde durch den IS-2 erledigt. Das ist ein Riesenglück, weil sonst er hat das ganz anders ausgegangen. Und die Artis unterstützt hier auch nochmal, indem er jetzt den IS-2 rausnimmt. Also besser ging es nicht. IS-2 nimmt den Type raus und dann wiederum die eigene Artis, den IS. Schön, schön. Da sieht man immer mal wieder ein bisschen Glück, gehört eben ab und dann doch dazu. IS-2 beklagt sich gleich Tiger-Goldenhoop, aber mein Gott. Für Premium kann man das machen. Nice Team-Kill, schreibt er. Der Type-C ist scheinbar sportlich. So ist es doch alles in Ordnung. Oh, da ist auf einmal ein Panther links von ihm. Der GW-Panther nimmt den Crumble-B raus. Also hier sind jetzt wieder auf beiden Seiten gab es einen Team-Kill. Von dem her so gesehen wieder ausgeglichen. Der E-25 geht jetzt auf den Panther. Das heißt, er kann jetzt hier schön unterstützen, bringen den Turm noch runter. Auto-Aim und zack. Jetzt hat er ein wunderbares Hack. Zack, kann nochmal eine Artie sogar. Aber auch die stört ihn nicht. Und jetzt nimmt er den Panther raus. Und weiter vor. Sehr, sehr interessant. Er ist hier eigentlich so gesehen mit dem E-25 die einzigen Kampfpanzer noch. Alles andere. Oh, die KV-3 kommt hier, ist es noch voll. Aber Kette, die Wunder, wunderbar. Ganz wichtig. Schade, jetzt hat er schon wieder. KV-3 prallt ab. Aber der E-25 wird jetzt von drüben reinwirken. Ja, sieht man hier ganz schön. E-25 hält rein. Artie ist hinter ihm offen. Komm, E-25, du musst den Schaden machen. Hau rein. KV-3 prallt hier ab. E-25 nimmt ihn raus. Er selber geht jetzt auf die Artie. Kommt jetzt runter. Auto-Aim und weg. Sehr schön. Gutes Zusammenspiel hier. Gegner ist immer noch fleißig am Cap'n. Aber man sieht unten auch ganz schön, KV-3, drei Schüsse, zwei davon abgeprallt. Arties halten hier noch auf die Base rein. Auf den Cap'n muss man ja eher sagen, die Basis ist es ja so gesehen gar nicht. Da ist er. Wo ging denn? Wo ist denn der Schuss hingegangen? Den hätte ich ja vollkommen als Killshot gesehen. Ah ja. Aber. Drei Kills hat er. Vier Gegner gibt es noch. Theoretisch wäre auch noch sogar die Top Gun drin. Zur T-34-85. Kriegt er hier rein. Aber ganz wenig. Da ist er. Und dann nimmt er ihn raus. Sehr schön. Gegnerische Grille. Dafür aber wiederum den GB Panther. Also jetzt hat beide Seiten nur noch eine Artie und zwei Kampfpanzer. Oh, da ist die Suh. Auto-Aim. Zack. Auch hier. Schön. Oh, macht aber heftig viel Schaden. Die Suh ist einfach schon eine Hausnummer. Also die ganze Reihe ist natürlich für den puren Schaden bekannt. E-25 hat jetzt den T-25-2 bei sich dran. Ja, der nimmt ihn auch raus. E-25 ist damit down. Jetzt kommt es wirklich hier auf ihn an. Die Suh weiß wahrscheinlich natürlich und rechnet auch, dass er hier kommen wird. T-25-2 steht schon im Cap. Suh ist zu. Ganz doof. Die eigenen Clan-Member dissen sich schon. So, da ist die Suh. Oh, wie hat sie denn das geschafft? Und er nimmt sie schneller raus. Ganz wichtiger, schneller Kill. Da sieht man mal, wie mobil die Suh ist. Dass sie sich da so um ihn rum hat fahren lassen können. Und das hätte auch fast geglückt. Aber eben doch nur fast. So, ein Kill braucht er noch für Top Gun. Jetzt sind beide im Cap. Die Grille und der T-25. Eine Minute hat er noch. Da ist die Grille offen. Mal schauen, ob die Arty jetzt auch doch mal zur Abwechslung was trifft und da unterstützend wirken kann. Eigentlich müsste er schon lange da eingeämmt haben, die Arty. So, er hat geschossen, hat verschossen. Da ist die Grille wieder offen. Aber jetzt macht er es wohl. Nimmt sie raus, macht den Krieger klar. Ja, sehr, sehr gut. Jetzt nur noch der T-25.2. Zwischen ihm und dem Kill. Und auch dem Sieg natürlich. Na, dann kriegt er so nicht auf. Ace Tanker Tiger AP. War es auch. Absolut richtig. Vermutet schon. Und da ist er. Komm, Arty. Jetzt zeig einmal, was du kannst. Supporte mal ordentlich. Arty schießt. Arty trifft. Arty macht den One-Shot raus und gewinnt das Spiel damit. Sehr nice. Sehr schön. Panzer ist absolut verdient. Und zeigt, dass der Tiger AP auf jeden Fall eine Sehenswürdigkeit ist im deutschen Tech-Tree. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wünsche euch alles Gute. Bis bald. Euer Alkaramba. Einmal. Mal. Vielen Dank.